Hallo und herzlich willkommen meine Freunde. So, heute werfe ich einfach nur ein bisschen aber noch mal eine kurze Info an euch. Ich habe mal gezeigt, wie man hier das Haller Wurfdolch oder Dolch, Wurfmesser, Taucher, Messer, Dingsbums, Viech, tunen kann, dass es für Nosepin besser ist mit den Münzen und so. Macht das nicht, nicht gut für das Messer, weil das wiegt dann fast doppelt so viel und ja, hier unten hat es halt einen kleinen Schwachpunkt. Und da ist es mir jetzt vorhin durchgebrochen, den Clip werde ich jetzt auch reinschneiden und ja, wollte ich nur wissen lassen, macht das nicht, je nervös. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.